was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir ich reagiere heute auf den youtube kanal brennitz tv also legen wir los also das sind meine videos und hier das ist brennitz tv und da klicke ich einfach mal drauf und schon mal was für welche videos hat also hat nur ein abonnenten ein video also ja das ist ein recht neuer youtuber also ja ich schaue mal wie er so seine videos dreht los geht's hey leute und willkommen zum aller ersten video auf meinem kanal ja heute würde ich sagen spielen wir mal mörder mystery auf hypixel und die retten mannlos okay ich bin gerne mein kreft mörder mister wie man gerade gesehen hat und ja jetzt geht's weiter ich bin gerne Ähm, Chancen an die Technologie sein oder wie das ist, Technologie. So Leute, das sieht so viele andere Spieler sein. Genau, das ist immer ein Handel. Und auch viel, äh, viel auf einmal damit, äh, nicht, ja, sonst rennen sie weg und so. HASS! Wie kann der, bitte? Ja, okay. Also, man hört schon von der Stimme her, das ist nicht ein Erwachsener, sondern ein Jugendlicher. Und ja, weiter geht's. Oh man, ruf mich nicht an! Ja, äh, Entschuldigung Leute, ich hab' ihnen eigentlich gesagt, also ich hab' jetzt aber... Wie ihr es euch gefallen hat, gebt ein Abo und ich würde mich eure selben Abo freuen. Und ja, sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! Ja, bevor das Video zu Ende geht, nochmal klüße den raus an... Also, er hat ein Outro, wenn ich ein Outro auch machen soll, schreibt's in die Kommentare, das gleiche oder ein anderes, wenn ich auch eins machen soll. Und ja, jetzt würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Hoffentlich schaltet ihr später wieder ein. Und ja, lasst ein Abo da, gebt ein Like hoch und ja, bis zum nächsten Mal und ciao! 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 Ciao!